Flamboyant hat wirklich großartiges Grundgangwerk. Er ist ja nicht umsonst schon über Bundeschampionat als Bundeschampion in der Weltmeisterschaft Junge Pferde gegangen. Also das ist wirklich ein großartiges Pferd, der jetzt Gott sei Dank heute hier schon eine sehr gute Runde gemacht hat. Und jetzt drücken wir mal weiter die Daumen.